so und weiter geht es mit dem zweiten teil dieser dritten folge begeben wir uns doch direkt mal aufs dach das muss ja dann hier sein laut questmarker jedenfalls kam ich vor nicht mehr dazu zu ende zu erzählen weil die ommy murphy mich unterbrochen hat und ich wollte irgendwas sagen und ich weiß gerade gar nicht mehr was schön super was wollte ich denn erzählen ich hab so keine ahnung na gut vielleicht fällt mir irgendwann mal wieder ein jetzt geht's rund meine freunde aber so richtig schnappt ihr die minigun aber mit vergnügen ach so oder war es das was ich erzählen wollte weiß ich gar nicht jedenfalls erstmal schnellspeichervorgang ich weiß nicht ob es bis jetzt aufgefallen ist mein popschutz ist endlich gekommen das heißt ich hoffe die tonqualität ist jetzt besser man hat hoffentlich nicht mehr so die atemgeräusche und den ganzen spaß aber sowas von gesellschaft mit sie nieder ist das geile so mini-gun das fetzt da sind sie ja ich muss euch runterkommen ja der einschlag so gut was christelle was war denn mit ihm der wollte wohl nicht kämpfen hier kommt noch mehr von den kollegen was wo wo denn ach hier oh mein gott was zum hanker oh fuck hütet erst möglichst schnell oh drauf halten komm schon laden nach laden nach laden nach mach hinne oh fuck 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 geh weg das auto ging wohl nicht mehr kaputt stirb stirb doch alter der hält aus der hält aus uah da kannst du nur hartes dauervoll machen ja weißt du und die typen die schießen auch noch auf mich anstatt sich mal lieber das vieh vornehmen so ne trottel es gibt echt leute verdammt wo sind sie ich werd mir die mini-gun ein bisschen sparen wo sitzt denn der kollege boah ich komm grad nicht zurecht hier jetzt aber mit dem letzten schuss das war die goldene kugel noch einer nein erstatt presten bericht boah das war doch mal ein geiler einstieg für die zweite hälfte auf jeden fall das sieht doch schön aus mit dem springmesser so die power rüstung mit dem springmesser wie war denn das man konnte doch irgendwie huchala das wollte ich nicht man konnte doch auch irgendwie achso das ging nur wenn man keine waffe in der hand hatte ne glaube ich schade schade ich hätte das gerne mit dem springmesser mal von vorne gesehen sieht auf jeden fall sehr sehr lustig aus wie dem auch sei wir gehen mal weiter ne ich hätte eigentlich gehofft dass ich das auto hier abschließen kann dass es explodiert so wie das dahinten während die todeskarte daneben steht es ist so richtig schön schaden zu verursachen gehen wir doch mal rein mit unserer schönen neuen power rüstung ich will die eigentlich fast gar nicht mehr ausziehen aber ich denke mal der fusionskarte wird irgendwann zu neige gehen und dann bin ich eh gezwungen ohne rum zu rennen von daher warum verschwenden für solche 08 15 aktionen warum laufe ich denn jetzt so langsam wirklich erstaunlich ich bin froh dass du auf unserer seite bist ja klar bin ich auf eurer seite aber ich bin eigentlich auf meiner eigenen seite oder ich will ja eigentlich mit denen nicht spielen hier ich bin auf meiner seite gar wie das ist schade man im commonwealth kann man nie genug also als wir uns trafen hast du etwas über die minute man gefragt eine sache solltest du über uns wissen wir helfen unseren freunden hier für alles was du getan hast danke oh danke ja ich nehme ich nehme was ich kriegen kann so spricht ein wahrer söldner wenn du mal nicht nur für dich selbst kämpfen willst besuch uns doch in sanctuary ich könnte jemanden wie dich brauchen jemanden der dinge erledigt sanctuary nein aber ach siehst du das ist das was ich vorhin erzählen wollte jetzt hört es mir wieder ein erzähle ich gleich nach dem dialog erstmal nicht ich habe meine eigenen probleme das würde ich auch sagen denn ich habe dein schicksal gesehen und ich kenne deinen schmerz die omi ist gruselig mein schicksal was meinst du damit du bist ein mann ohne zeit ohne hoffnung aber nicht alles ist verloren ich kann die energie deines sohnes spüren er lebt alter was ist mit ihr das ist nicht normal wo ist mein sohn wo ist schon ich wünschte ich wüsste es kind wirklich aber ich kann ihn nicht sehen ich kann nur seine lebenskraft spüren seine energie er ist da draußen und ich brauche nicht mal das dritte auge um dir zu sagen wo du suchen sollst das große grüne juwel das commonwealth diamond city die größte siedlung in der gegend kann seine lebenskraft spüren wie bei pokémon oder was wie viel kp hat er denn noch du bist nutzlos nein nein ich bin hier sehr dankbar für die tipps das ist nicht klar ich brauche mehr diamond city ich brauche mehr vielleicht weiß er noch mehr mama murphy ich habe gar keine spur erzähl mir mehr also kind ich bin müde wenn du mir später ein paar camps bringst wird das dritte auge vielleicht klarer sehen klar ich pumpe dich mit drogen zu aber sowas von dieser mist bringt dich noch warum laufe ich denn jetzt so langsam irgendwann sterben wir brauchen das dritte auge ah ok ach hier kann ich dauerhaft gehen und laufen umschalten gut zu wissen so jetzt muss ich erstmal die ganzen fuzzis hier absuchen die ich hier unbedingt hab noch nachträglich ich weiß nicht mehr wenn ich hier schon gelootet habe und bin ich Schrot, Schrot, Schweißerbrille, Lederrüstung Raider rechtes Bein, rechtes Bein hatte ich glaube ich auch noch nicht wenn mich nicht alles täuscht Harnisch Molotow Cocktail auch schön ein Haufen Zeug also ich nehme die Rüstung jetzt bewusst nicht mit weil die wiegen halt so viel was mit ihr, alter ey die kann irgendwie hell sehen die kann mich mit ner Power Rüstung zur Seite schieben ich glaube die alte Frau hat Superkräfte die ist wirklich ein bisschen komisch aus der Lederkombi die nehme ich immer mit die sieht einigermaßen schick aus und die wiegt nicht zu viel hab ich die beiden jetzt hier? oh du darfst nicht gleich den Kopf verlieren Junge das ist bei allen so ne? ich verteile halt nur Kopfschüsse wo sind denn jetzt die Reste hier war doch noch irgendwie ein spezieller Raider hier Gristel oder wie sie hieß ach hier Corvega Lagerschlüssel Leuchtpistole also Leuchtvisier und Pro-Pistole mit Leuchtvisier mhm mhm Schrotpatrone Molotow Schrotflinte oah hier ein richtiges Massaker war das Kronkorken mhm die sind alle nicht mehr sehr gut aus ich will gar nicht wissen wo man da unten hinkommt wenn da schon ein so ein Vieh herkam da will ich nicht wissen wie viele da vielleicht noch sind Waren das jetzt alle? Ich hoffe ja Arche das tut mir jetzt sehr leid ich muss mich jetzt leider ein bisschen langsamer fortbewegen weil wenn man mit dem Ding hier sprint ihr könnt ja mal da unten rechts auf die Anzeige gucken äh nicht da wo die AP sind die große sondern die kleine daneben da steht äh Core drin also der Kern das ist die Energie die der Kern noch zur Verfügung hat so wenn ich jetzt laufe Ich kann nicht behaupten dass ich diesen Eiterpickl am Arsch des Commonwealths vermissen werde Ah was? Ah meine Güte Jaja Jedenfalls der Core also der Kern das ist die Energie die der Kern noch zur Verfügung hat und wenn ich jetzt hier laufe geht das noch aber wenn ich jetzt sprinte ihr könnt ja mal drauf achten dann geht der doch rapide runter ne? also man sieht schon schon enormen Unterschied und das will ich vermeiden ich will den so lange wie möglich aufheben falls ich mal in eine Situation komme wo ich den brauche Ja und jedenfalls jetzt endlich mal zu dem was ich schon seit x Stunden sagen will wo ich nicht zu komme wie komme ich nicht raus achso ok und zwar ich muss auf jeden Fall nochmal nach Sanctuary zurück vielleicht habe ich es auch schon gesagt ach ich weiß nicht mehr ich erzähle es jetzt einfach nochmal und zwar aus dem Grund bei Sanctuary liegt äh ich war in allen Häusern drinnen nur nicht in meinem eigenen und da liegt nämlich noch ein interessantes Buch drinnen rum wie man ja in der ersten Folge gesehen hat wo ich den Charakter erstellt habe und so weiter da lag doch noch äh Grognack der Barbar und ich glaube das ist sogar für Nahkämpfer das Buch also muss ich das auf jeden Fall mitnehmen Minigun einen behalte ich mal hier behalte ich auch mal eins hier behalte ich auch mal eine Rotflinte ist ja auch ein bisschen Richtung Nahkampf da kann ich das kann ich auf jeden Fall schon mal aufheben mal gucken was kann man denn hier schönes machen boah ich kann nahezu alles bauen hier abgelegt ich kann hier echt alles herstellen super ohne Waffenexperte das ist ja klasse dafür brauche ich wieder einen Waffenfreak ich glaube ich muss echt nochmal also ich wollte das eigentlich nicht auf Intelligenz aber ich glaube ich muss das machen weil ich kann sonst die ganzen Waffen hier nicht upgraden so wie ich das sehe dafür brauche ich auch einen Schmied keiner weiß hier oh komm das basteln wir direkt mal an warum nicht Eiswoll ja Waffenfreak Stufe 2 schön du brauchst überall Waffenfreak ich glaube ich werde echt nicht drum herum kommen Komfortgriffs Standard Magazin hier so ein Reflexrisier könnten wir ja eigentlich mal hochpacken warum nicht Minusbremse habe ich keine weil ich da auch Waffenfreak brauche verdammt nochmal das ist so schrecklich du kannst hier nichts machen weil du einfach diesen Waffenfreak nicht hast oh hier gezackte Klinge 30 Schaden das klingt gut die nehmen wir direkt so mit hier mit Klinge auch 30 Schaden aber naja gut hier hat ein recht geringes Gewicht aber nein ich will den Schlag kriegen nicht der gefällt mir nicht ich werde echt mal das Spring besser ausprobieren gleich wenn mir in dieser Folge noch irgendein Gegner über den Weg läuft ich hoffe es doch sehr Kreuzschlüssel äh nein wir nehmen jetzt den auf die 1 und den nehme ich mal als Reserve auf die 3 für den Fall der Fälle Minigun ja die Minigun die packe ich mal packe ich die hier mit? upsala jetzt habe ich das rausgenommen das wollte ich nicht Mann was mache ich denn jetzt? die Taste will ich drücken hier liegt ja alles drin hier kann ich nicht die Minigun rein, oder? die Minigun liegt aber so viel ich nehme sie erstmal mit ich muss dann irgendwo mal einen Ort finden wo ich ein bisschen ausbauen kann wo ich ein paar äh, Kisten aufstelle wo ich mein Zeug einsortiere und wo ich mich generell so ein bisschen zurückziehen kann zwischen den Kämpfen und und Ausflügen ins Ödland da waren meine Abherle ich stehen bleiben, regenerieren die schneller upsala wenn ich mich hin hocke sogar Jungs ihr wisst schon, dass hier ne Brücke ist ihr müsst nicht durch den Fluss NPCs einfach NPCs da braucht man nix zu sagen sind eben nicht die hellsten Leuchten ja ich war in Sanctuary echt in allen Häusern außer an meinem eigenen ne? das ist natürlich logisch würde ich auch so machen ich würde mein Heimathaus nicht mehr betreten wollen wenn hier alles in die Luft geflogen ist zu viele Erinnerungen aber nein ich müsste ah, das ist wahrscheinlich das Dreirad von meinem Kind ach ja dann wollen wir doch mal reingehen da liegt auch schon das Heftchen immer noch da wo es lag bevor die Atombomben einschlugen nett sagt da mehr nicht ist doch super kritische Treffer bei Waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden das hat sich aber sowas von für uns gelohnt gelbe Tischlampe nehmen wir auch mit die müsste Kupfer geben Pfeffermühle, Brotkarte ach komm wir nehmen alles mit hier her mit dem Zeug oh hier waren auf jeden Fall schon mal welche hier liegt nämlich ne leere Milchflasche im Kühlschrank die war vorher noch voll wie wir uns erinnern Globus nehmen wir auch mit insofern der überhaupt noch zutreffend ist Haarklammern kann man immer gebrauchen wir brauchen Way of the Future Way of the Future war wohl nicht so gut aber wahrscheinlich wer legt denn bitte einen Superkleber in Trockner hat mal wahrscheinlich wieder jemand Rutschhund jemand vergessen seine Taschen auszulehren bevor er seine Sachen in die Wäsche geschmissen hat Mann 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 Spielzeug Auto ja hier ist das Kinderzimmer du bist special da kann ich einen Punkt verteilen völlig frei klasse mach ich denn da mal ich glaub ich nehm den gleich mal für Intelligenz weil ich brauch das ja für den Waffenfreak ich werd nicht hundertprozentig drum herum kommen also nehm ich das einfach mal mit ich komme Kumpel ich komme ja ich werde ihn finden hundertpro früher oder später das ist nur eine Frage der Zeit und dann reiß ich ihn auseinander das kann er wissen der hat meinen Sohn nicht umsonst entführt ja natürlich gehts nach innen auf damit ich da voll im Wege stehe so gut einfach mal um die Zeit abzukürzen hier gibt es nämlich so ne wunderschöne äh Schnellreisefunktion gehen wir doch direkt mal so zur Red Rocket Tankstelle dann werde ich mal mein Zeug ein bisschen loswerden und dann mal gucken ob wir die Folge hier noch irgendwo hin aufbrechen können 5 Minuten haben wir ja noch hmm Schnellreisefunktion ja und dann lädt es 10 Stunden gibt es aber auch nur die eine Kiste ne ich glaube ich die Waffenwerkbank hätte ich hier noch im Angebot aber ich kann mal nochmal an die Rüstungswerkbank gucken bevor ich alles wegpacke ob ich nicht vielleicht noch was schönes bauen kann oder verbessern kann den werde ich jetzt erstmal zer- obwohl ne warte mal den lasse ich den gebe ich dann auch den Leuten aus deiner Stadt ohne Extras mit Taschen hier gibt es doch so einen Leichtbau oh Ultra Leichtbau Rüstmeister Stufe 3 und hier fehlt mir Kork woher kriege ich denn Kork bitteschön reduziert das Gewicht erhöht den Abhealbonus oh das hätte ich ja gerne ja zur Not nehme ich jetzt fürs erste Mal die Taschen dann kann ich wenigstens ein bisschen mehr tragen ist auch nicht schlecht ich muss erstmal ein paar Sachen zerlegen die ich zu viel habe das war blöd weil eigentlich wollte ich das für meine Leute nehmen aber ich brauche gerade das Leder einfach hier haben wir einen Haufen mehr Rüstung das ist es doch absolut wert oh ne hab ich jetzt nicht gemacht oder oh nein jetzt habe ich Mist jetzt habe ich beide jetzt habe ich beide Mods auf zwei verschiedene Rüstungen gelegt das muss ich noch irgendwie zusammenlegen mir fehlt noch das linke Bein wenn ich das so richtig sehe also die Rüstung nicht das ganze linke Bein hier ohne Extras und dann kann ich nämlich die Taschen schön hier ran bauen passt umgürtet mit Taschen linker Arm ich würde gerne alles umgürtet machen das gibt einfach einen höheren Bonus aber mir fehlt echt das Leder jetzt momentan das ist natürlich sehr ungünstig vielleicht kriege ich ja nochmal irgendwo welches her rechtes Bein oh hier kann ich umgürtet machen und was fehlt mir für Taschen Leder komm wir machen das im Gürtet dann haben wir schon mal ein bisschen extra Verteidigung da ist ein iPod wie warum tut mir leid Kumpel aber du musst sterben du machst hier Musik das tut mir leid also nicht dass du hier noch Musik spielst dann kriege ich hier noch Ärger wegen hast du nicht gesehen hier Lizenzen also ich wollte das nicht ich bin ja grundsätzlich gegen Gewalt aber das geht gar nicht dann werden wir den ganzen Schrott ablegen und dann werden wir mal wieder die falsche Taste drücken warum drücke ich immer die falsche Taste Waffeln Molotow Cocktail brauchen wir jetzt nicht das brauchen wir auch nicht ich schmeiße erstmal alles unsortiert rein ich werde das dann wahrscheinlich auch offscreen sortieren weil das würde ich euch nicht antun das kann lange dauern bis das denn alles sortiert ist Lederrüstung Harnisch kann hier rein Schweißerbrille kann auch rein Sturmgasmaske auch Verwolltanzug kann auch mit rein Bier Buffout sowieso Dandyboy Äpfel Fensiletskuchen knusprige Eichhörnchen das kann hier alles rein das muss ich hier nicht unnötig mit mir rumschleppen das kostet nur Platz im Inventar noch irgendwas ich komm hau das auch noch mit rein keine Verbesserungsmod macht Sinn ich glaube das war alles wir sind jetzt auch wieder bei 29 Gewicht und apropos das war alles das war jetzt tatsächlich alles denn wir sehen wir sind beinahe schon wieder durch mit der Folge hier von der Zeit her von daher muss ich mich leider schon wieder verabschieden da komme ich diese Folge nicht mehr dazu mich mit irgendwas rumzukloppen aber ich stelle mich schon mal auf den Weg wir stellen uns hier inmitten der toten Rattenkadaver das ist immer gut ja liebe Leute dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch Spaß gemacht genauso wie mir die Minigun Szene war ja einfach mal der Hammer direkt das Gemetzte zum Anfang des Spiels finde ich gut ja ansonsten wenn ihr nichts verpassen wollt wie immer lasst ein Abo da freue ich mich über das Liken freue ich mich auch immer sehr und vor allem über das Kommentieren ihr sollt ja hier mitreden und mitspielen ja und ansonsten wenn ihr noch ein paar Leute kennt die gerne zugucken ihr könnt da auch gerne für mich werben freue ich mich auch drüber wenn umso mehr zuschauen umso mehr Spaß macht es ja und umso mehr Kommentare gibt es dann wird das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder bis dann und tschüss